so mein lieben wer geht das mit erwarte hier in Minecraft diesmal mit der deutschen Version kann man ja jetzt ändern da sollte ich so eine Weltkugel sein gibt es ja noch nicht in dem Text im Peck kann man da drauf gehen und dann kommen hier die beliebigen Sprachen auswählen sind ein paar Sprachen in solche Kritzel und wir haben natürlich Deutsch dann gehen wir in unsere Überlebensmodus jetzt mit Waptor gut weil wir simuliert jetzt sind wir wieder gespielt wo wir sind Gott sei Dank sicher hier in unserer kleinen Basis hier und um euch das sieht es dabei hallo die Tümer sofort wieder in die Kiste die Lassmann Motor Schwarzpulver Reis aus Deutsch CD Spinnenauge Tumoreien Knochen Niemann mit ähm Stufen Lassmann Dorf Flint Lassmann Dorf und das andere nehmen wir alles mit gut die Fockelen Fockelen oder Fockelen nehmen wir natürlich auch mit und jetzt geht es auch schon weiter hier dass wir da wieder offen und dann geht es auch weiter wo sind wir jetzt mal stehen bleiben ist jetzt die Frage ähm da oben glaube ich habe mir alles ausgeleuchtet oder schauen wir mal drauf ähm ja bis auf da hinten oder oder und da ist uns gelät komm her Bubi 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 und aus Hölle den Sitz und das ist Kontext ist das Kontext bediert steht der jemand Johre ein ist um für die ist noch weiter unter ich bin ja aus Mensch ja schmeißen den Weg ist kein Problem um wo ist sie hier noch dunkel schon mal dahinter da ist gut sind alles beleuchtete bis auch raus interessant naja genau da haben wir unsere Eisen vergessen genauso wie hier naja genau wir haben ja keine Spitz hat mit Gott deswegen sind wir ins Lager ich hätte mir die Folge doch anschauen sollen davor und ich mache schnell st um ja wir sind gleich wieder Schausch Sauschen ja schau Schnellob die Musiker und ist und dann geht es gleich wieder weiter hier so Musik ist an passt alles und jetzt zurück ins Lager ja nicht da am besten da geht das raus ich möchte es irgendwo reisen da müssen wir weiter hier dann müssen wir doch hoch oder anwesend immer so so geht es damit zu irgendwo zum Lager gehen zoweit ich weiß äh ja genau da ist Lager gehen wir rein dort machen zu und Baum uns schaufeln äh schaufeln steinpitz Picks 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 Hockner Spitzhacken jetzt haben wir es schon ziemlich spät gut wo sind wo wollten wir hin wir wollten wieder hoch oder wir wollten uns das Zeug abhacken und zwar doch war das doch ich bin der orientierungsloseste mensch auf erden mann 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 war es doch da ist offen genau gut da war man mal hier das Eisner so immer gebrauchen was wir sind jetzt noch immer später in Hülle und Fülle haben dann natürlich nimmer dann braucht man es einfach nimmer so wird mit der aus so dann geht das wieder weiter mit dem nächsten Abschnitt der Hülle zwar die kleine Victor und der da erstmal durch den was da ist da geht es auch raus wo komme ich daraus würde mich jetzt interessieren ah ich glaube ich weiß schon wo da hinten müsste irgendwo unser Kacki Stift sein ja da ist er dann ist irgendwo Eisen und Eisen das war die Hülle wohl zu drücken später auch mal rein brauchen wir gar nicht mehr ist schon erkundet führt alles zusammen ist doch interessant du bist hier noch runter wir sind größere Aufschnitt denke ich schon mal weiter ich muss immer daran denken dass ich mit Monsterspiele zum anderen Film oder Spiegel ohne Monster das Wasser ich hausse Wasser jetzt sind gegen Wasser ankämpfen sowas erst mal weg und dann weiter hier und ist eine Fackel das ist wieso ist da nicht vorhanden hatte bin ich jetzt im Kreis gelaufen ist ja interessant die Noten dann so durch und wieder so hoch der Heilige 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 Leute kann hier schön alles ausbauen noch mal schnell wird kaum hier ist das Zeug dann schaut es besser aus hier ist ein großer Abschnitt ist so gut Prozent Kohle immer mit wie immer kann man gut gebrauchen was sie das nächste Jahr und noch unsere Höhlen mit Erkundung Prozent ja unser Häuschen müssen erstmal ein Räumen Küche und so Tisch und so was steht dann noch an ja dann natürlich der wollten doch vergrößert werden Prozent da und die Form ist auch noch wichtig seit ihm so Häuschen auf dem BRG auch noch interessant hier werden schauen wo ich wo ich das im Berg finde zu passenden kann man natürlich noch ausbauen Leuchtturm wäre interessant dort ist alles ausgeleuchtet oder ok dann geht es weiter hier jetzt das hat er die angst Höfe Höfe ok ok da ist Licht gehen wir da lang dann geht es wahrscheinlich wieder raus so ist es oder wo die Lava Nein, da geht's rein. Musst du mich verarschen, wo bist du Kabel? Ich hab mich da schon mal runtergebaut. Hallo? Hä? Hä? Ah, das ist... Hä? Das ist die Treppe, wo ich gebaut hab? Musst du mich verarschen? Hallo? Ah, ich bin jetzt eine Etage tiefer. Ja, Leck ist das interessant. Mal erst mal wieder da lang. Äh, schwimmen, 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 so, ganz so hoch. Wenn ich den nächsten Abschnitt rein, oder? Äh, nö, lass ich mal lieber schnell, er kommt erst mal den Rest, der Hölle weit unten. Da weiter runter gehen, dann, am nächsten Mal, das ist eine Blume. Es war eine Blume, Leute, was ich da gesehen hab. Ich hab mich doch nicht geirrt. Hack mal weg. Nehmen wir mit. So, und von ihm auch da unten, Zombie, oder? Wir sind ja jetzt. Ah, Zombie. Ja, da gehen wir jetzt nicht mal runter. Rundenskelett, cool. Gut, ähm, da ist Eisen, zack, hat es schon gelohnt, unsere kleine Tour hier. Das ist das, ähm, Kohle, hochkram, fackelsetzen, ihr habt da ist, Kohle, 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 Kohle. Oma, lassen wir mal einfach, hab jetzt keine Bock, dass ich mich so hochgrab, ähm, na, das Eis am Boden, erst mal eins ausleuchten, hier, bisschen sicher machen, dass wieder Eis am Boden, na, das ist eine größere Höhle, hab ich ja gesagt, ich hab schon eine Rieche, da hinten geht's weiter, dort wird aber, da geht's raus, da unten, into, interesting, it's, it's well, it's a very well, ähm, Höhle, haha, ich kann kein Englisch, man, 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 ich war eine Schule in Englisch, Ninete, Leute, Ninete, so, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen wir zurück mit unser 24 Eisen, Erz, beendet ich dann den Port wieder, den Rest der Höhle erkundigt dann später, mit euch wieder zusammen, gehst man wieder hoch, Alter, hm, wo kommt der jetzt hier, Höfe, äh, hallo, ich check's nicht, naja, geh wieder rein, hauen das Eisen in den Ofen, und dann verabschiede ich mich wieder von euch, haut rein, Leute, kommentiert, fleißig, abonniert, fleißig, und chini.